weiter 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 da sind noch ein paar oder sind noch ein paar auuuu Backe haha sehr gut sehr gut sehr gut so weiter 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 nicht all auf mich das ist halt so der Nachteil wenn man zu gierig wird guten Tag schön euch zu sehen bleibt ein Weilchen und hört zu so jetzt bin ich echt gespannt ob das Spiel abschmiert weil so viele Minotaurien da sind oder was genau passiert ahnen 24 Sekunden Lebensdauer hilft nix ich muss eh alles reinrotzen muss hier alles reinrotzen was ich habe die stehen sogar bis da her boah boah hahaha gut ähm Außenseiter Ahnenkrieger sieben acht und rein oder und los das einfach nur rein und tot ha 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 so so auf geht sie die zweite Runde ähm ganze Fütigkeit kann ich da hier sitzen ok dann mache ich das mal Und los gehts, und los gehts, Außenseiter, Scheiße, der ist draußen, NEIN! Lauf nach vor, du mach Erektion da, ja? Danke schön, danke schön, danke sehr, danke gleich. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Okay, man lernt seine Taktik zu verfeinern. Komm nach vor. Ja, 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 komm, nimm ein paar mit. Ja, machst du gut. Nein. Wir laufen alle zurück. Wir machen die Tür auf, wenn es geht. Na gut, das sind nur zwei. Mit denen wären wir fertig. Ja, ist auch eine Art Verfeinerung der Taktik. So war anders geplant. So, komm, ja. Dicker Klops. Da nach vor. Bisschen kann ich noch nach vorlaufen. Ja, komm, da rein, da rein. Wir wollen alles holen. Na gut. Gut, dann halt so. Oh, oh, oh. Sehr schön. Sehr gut. Geh drauf, Minotaurin-Fürst. Drei kommen, okay. Jetzt wird es schon lustiger. Einmal Ahnenkriegerchen. Ein Bossmonster tot. Der zweite ist auch down. Und der dritte auch. Yes. Yes. Danke an den Krieger. Wir brauchen einen neuen Kernanbewohner. Dann gibt es gerade keinen. Dann laufst du vor. Und loggst. Alter, ich will gar nicht wissen, wie viele Gegner sich da befinden. Stehen bleiben. Wieso läuft der immer wieder zurück? Jetzt gibt es gleich für mich auf den Sack. Von neun Kernbewohner. Dankeschön. Du kannst diese Tür nicht öffnen. Du kannst diese Tür nicht öffnen. Na gut. Da drinnen werden sich noch so einige befinden. Wie sieht es denn aus? Allzu viele sind es ja nicht mehr. Hm. Du kommst her. Ja, seht ihr, wie viel der Schaden macht? Unglaublich, unfassbar gut. Weiter, 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 weiter. Da sind noch ein paar. Oh, da sind noch ein paar. Au, Backe. Once again. Die Karte hilft uns eigentlich auch, denn da sind die ganzen Minotaur- und Fürsten eingezeichnet. Das ist ganz nett eigentlich. Das heißt, wir wissen, wir haben es noch mit 1, 2, 3, einigen zu tun. Zehn. Okay, okay, wir brauchen wieder eine Taktik. Der triggert leider niemanden. Mein Kernbewohner schaut, dass der auf der Karte nicht eingezeichnet wird, aber der kommt nicht nah genug ran. Steht er da eine Weile, aber es hat keinen Effekt. Ah, jetzt, jetzt vielleicht, jetzt ist eine Möglichkeit. Nein. Schade. Kann mir der vielleicht mal ein Spieler-Grab holen? Das wäre geil. Na gut. Nächste Idee. Muss mich natürlich ein bisschen nach Vorbild geben. Ich muss, oder hol mir eine Erfahrung zurück. Gut. Aber wir machen das mit dem Locken. In der Zeit kann ich meine Hilflichen beschwören. Hau eine Eruption da rein. Sehr gut. Sehr gut. Weiter, 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 weiter. Nicht alle auf mich. Das ist halt so der Nachteil, wenn man zu gierig wird. Back in der Action. Schaut's auf der Karte aus, ja. Immer noch genug Minotaurin, die da herum stolzieren. Wieder ein, wieder ein Item. Haha. Sehr gut. Kommen nach vor. In der Zwischenzeit hole ich meine Freunde zur Unterstützung. Wir rappeln da rein. Jetzt wollen sie mich wieder. Schade. Neue Runde, neues Glück. Ich laufe rein. Ich hole mir... Wo ist mein Grab? Da hinten. Ich hole mir die Items. Hahaha. Ich hole mir mein Grab. Ich laufe zurück. Tür ist zu, natürlich. So, warte mal. Klingen Falle. Du musst mal dran glauben. Da hinten befindet sich eigentlich eh keiner. Ich werde das ganze Feld mal anders aufrollen. Da, du komm her. Da, komm her. Da. Du bist alleine. Du kannst nichts. Drauf gehen. Hallo. Dankeschön. Gut. Die befinden sich alle da. Jetzt die Klingen Falle werde ich auch noch schön entschärfen können. Gut. Keinen alarmiert. Haha. Schon lauter geile Items. Okay. Und die sind jetzt alle da hinten. Na gut. Na gut. Wie machen wir es? Das übliche Reinrennen ohne Plan. Von irgendeiner Seite zugänglich. Da. Da. Du. Du. Du kommst der. Du siehst mir so aus, als bräuchtest du es ganz dringend. Wir brauchen es alle ganz dringend. Wir brauchen es leider alle ganz dringend. Fuck. Da bin ich wieder. Die Zeit zum Aufladen. Von dem Arnhorn und von dem Außenseiter verwende ich immer, um einmal einen Tee zu machen, einmal um Blumen zu gießen oder um den Geschirrspieler auszuräumen. Also eigentlich rund um die Uhr irgendwas geplant. Ach komm. Der war so knapp dran. Fuck. Um quasi mich zu beschäftigen und um die Zeit rumzuschlagen. Es ist ja wirklich übel, wie lange man da sitzt. Für eine Farmtour ist wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Gebiet zum Farmen. Außer man hat jetzt schon einen höheren, höheren Leverigen Charakter. Der mehr Schaden macht. Gut, anyway. Na komm. Du bist einfach so verlockend. Gut. Und alle anderen auch. Alle anderen natürlich auch. Hahaha. Gute Idee. What? Geil. Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Ich zeige euch übrigens einmal die Route, die ich immer so laufe. Und ihr werdet es da schon entdecken, dass ich da immer so an ein paar Kadavern vorbeisturziere. Da sind einige Bosse gefallen. Wie man da noch ganz gut erkennt. Oder bin ich falsch? Merkt man daran, dass da noch Gegner sind. Aber hier, soweit das Auge reicht, alles niedergerungen. Alles tot. Und das sind ganz schön viele. Also da spielt es sich wirklich schön ab. Da hinten waren noch ein paar Gegner. Energie-Trank. Ja, nehmen wir den noch. So, inzwischen seitlich kann man da wieder mal ein bisschen aufräumen, dass ihr das auch seht. Normale Gegner. Ist aber nicht mal allzu viel da, was ich liegen gelassen habe. Ich schaue mal, dass ich die zusammen sammle, sodass es sich halt auch wirklich lohnt, dass ich dann reinrotze. Da verlangsamt mich, finde ich nicht so geil. Da sind wieder zwei, drei Bosse sogar. Sehr schön. Gefällt mir. Kommt alle da her. Und da kann ich euch am besten von einer Seite richtig schön bearbeiten. Gut, gut, gut. Da kommen wieder die Heldenmonster und viel Erfahrung für mich zum Vorschein. Einfach nur schön. Ich liebe es, Erfahrung zu sammeln. Gibt es da noch irgendwas? Nö. Die sehen halt noch wirklich nicht viel aus. Die Bosse sind einzeln schon echt fies, aber da zusammen habe ich mir wahrscheinlich gerade den allerschwierigsten Boss rausgesucht gegen Magier, weil der Krieger, der lädt ja auf. Da lädt er seinen Angriff auf. Und mit diesen Ringen, die er da hat. Jedes Mal, wenn er trifft, erhöht sich dieser Ring und er macht noch mehr Schaden. Und das ist halt ein Teufelskreis, vor allem wenn dann fünf um einen herumstehen und das machen. Da bleibt kein Auge trocken. Okay, wir sind wieder da. Ich habe mir wieder Platz geschafft. Das heißt, ich kann wieder fleißig grabben. Fleischreißer, Mocke. Nicht schlecht. Die mag ich auch ganz gerne. Die Brustpanzer. Aber jetzt warte ich wieder, bis alles aufgeladen ist. Und gleich wieder da. Beziehungsweise was soll es? Es sind noch drei. Das schaffen wir. Das kriegen wir auch mit den Außenseitern hin. Ich weiß, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber. Euch gebe ich jetzt gar keine Chance. Ihr habt da was zum Blocken. Den dürft ihr vernaschen. Sehr schön. Sehr brav gemacht. Kommt ein neuer. Und der Außenseiter kümmert sich um den Minotauran-Fürst. Und ich mache aus der Ferne den Rest. Yeah. Geile Scheiße. Wir haben es geschafft, Leute. Ein Peiniger. Das ist doch auch was Schönes. Gut. Und diese Truhe haben wir uns redlich verdient. Mit nur Gold drinnen. Respect. Verdidू Und hier. Was natürlich nicht gerade noch identifiziert. Was wir compassiert irgendwie. Normally inteaged Đ soluß. Geil Born ада Electra O. Hey.